Abendbrot Mittwoch, der 25. Januar 2017 Im Uhrzeigersinn, links mit der hellen angefangen, Shisara, die graue Nachita, die schwarz-weiß-graufarbene, wie auch immer, Janewa, dann kommt Aponi mit dem weißen Schulterfleck, dann kommt Nala und dann kommt Ailana. Mh, das schmeckt. Da Ron den sehr abrupt abgestellt hat, haben die bei kleinen und vor lauter Hunger überhaupt keine Probleme mit dem Fressen. Meine Maler und meine Maschita, der Zwerg. Und dann kommt der Zwerg. Auch wenn, dann kommen die Schwarzschmerzen mit dem Schwarzschmerzen und die Schwarzschmerzen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020